Applaus Liebe Freunde Es ist nun fast 50 Jahre her, dass wir mit dem Abenteuer Olsenwandel angefangen haben. Damals hätte sich keiner träumen lassen, dass unsere Arbeit eines Tages in einem Museum landen würde. Das ist eine große Ehre. Aber es dient auch etwas wehmütig. Denn fast alle, die an den Olsenwandelfilmen mitgewirkt haben, weiden nicht mehr unter uns. Von der Bande selbst einschließlich nachkommen, sind nur Bürger und Genendien. Ich danke der Kunsthalle Rostock für ihren Einsatz. Die Olsenwandel so liebevoll wieder auferstehen zu lassen. Herzlich glückwusch zu dieser sehr gelungenen Ausstellung. Das ist ein wirklich Gewalt. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus